So, jetzt ist aber Ton drauf. Ich sag's euch, ich flipp hier bald alles in die Scheißtreiber. Aber schön, dass mir das jemand nach einer Stunde so ungefähr sagt. Ja, wie gesagt, jetzt muss der Ton gehen. Ich seh auch, wie es aufschlägt. Meine Stimme hat man hier vorher auch immer gehört, aber kein Spielsaunt. Ja, wie auch immer. Wir spielen zu dritt noch. Bei nächster Gelegenheit wenden. Die haben wir gehabt, TeamSpeak ausgeblendet und so weiter. Ich bin ein ZWeiß-Demann. Ich bin ein Zreck, Alter, und so. Ich bin ein Zerfaß-Demann. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm? Ja, aber du siehst doch, ob das im Gerät mal nicht vorhanden ist. Also bei Aufnahme oder? Ja, ja. Okay. Okay. Tja. Ne, das hab ich noch nicht gehabt. Ich hab ja auch neulich meinen Rechner mal neul gemacht gehabt. Ach, jetzt haben wir einen GT3 geholt. Ne? Da steht aber einer mit dem GT3 neben mir. Am Helle ist das. Ne, das seh ich halt nicht. Ich fahr ja mit dem Ding. Keine externe Kamera. Ja. Horizon 4. Ja. Ich koste doch bloß 10 Euro. Im Monat. Carrera. Ja. Deswegen sag ich, da kostet er nur 10 Euro. Kleingedruckte im Monat. Na? Doch. Kannst jeden Monat kündigen. Wie, wieder neu. Ja, du sagst einfach okay. Du willst wieder 3 Tage haben und dann ist okay. Nein, das gibt es doch schon lange bei Origin und so. Wobei Origin hat ja umgestellt. Da gibt es jetzt ne Abstufung zwischendrin. Ja, genau. Ja, aber nur die Play Anywhere. Ja. Ich mach das Signal ein bisschen leiser machen. So. Ich hab ein GT4 und ein GTS. Ich weiß nicht, die schnellen Autos machen irgendwie nicht so viel Spaß. Kannst du gar nicht driften und so. Kannst nicht mal zeigen, was du drauf hast. Ich hab hier ein Auto, das kostet 1,3 Mille. Ja, das lädt kurz noch. Ja. Kannst drücken. Bei nächster Gelegenheit wenden. Da will drücken. Da will loslegen. Mit Ö. Ja, wenn du Open hast, dann ist das Auto egal. Nein, meine ich ja. Aber die Fahrzeugtyp Open. Weil wenn du dann sagst, ne ist das nur Heckschleuder erlaubt oder nur Allradler dann. oder nur Klassik oder was auch immer. Das hat damit nichts zu tun. Dann geh mal an die Informationen vom Fahrzeug rein und dann siehst du was es ist. Bei meinen Fahrzeugen. Nein, musst du nicht Ansicht wechseln oder Informationen einblenden oder sowas. Steht unten. Unten. Du klickst aufs Auto und dann steht es unten da. Zurück, weiter, annehmen. Wechseln, was weiß ich. Er versteht es schon wieder nicht. Du hast alle Typen zugelassen, ja? Nee. Du hast alle Typen zugelassen. Ja, Track Toys hast du genommen. Ja, das ist Track Toys. Da habe ich nichts. Das habe ich gemeint, du musst da auf alle Fahrzeuge machen. Das heißt, Blaupause erstellen, auf alle Fahrzeuge und nur die Klasse beschränken von mir aus. Jetzt habe ich irgendeinen Porsche. Die anderen sind alle zu schlecht, da habe ich keinen gewählt. Die anderen sind alle zu schlecht. Ja, die Server zu teilen, dann brauchen wir ewig. Erstmal. Na, haben wir doch alle den gleichen, ist doch schön. Die anderen haben alle GT3. Oh, das habe ich noch nicht gekriegt. Da sind wir ein bisschen zahlen. Na, wer schützt denn hier? Nach Niko wieder. Ist ja logisch. Oh, boing. Oh, boing. ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was von innen angetecken? Meine Drehzahlmesser ist immer auf 8000. Der Motor dreht ja auch bis zu 11000. Und der Standarddrehzahlmesser geht nur bis 8000. Ich bin leid, oder? Ich bin leid, oder? Ah, das war diesmal nicht erster. Was ist denn hier los? Hm. Hm, 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 hm. Hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. Ja, und wieder ein Baum. Das gibt es nicht. Ich kann gar nicht den Wald genießen, so viele Bäume wieder einmal umgestimmt. Wir sind breit. In 400 Metern links abbiegen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, da gehst du auf Blaupause. Das ist die Blaupause erstellen. Ja, ja. 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 Ne, Tractoys. Also erst, wenn du die Blaupause erstellen, wirst du erstmal gefragt welche Klasse? so und da hast du track toys eingestellt anstatt open ja da steht auch ganz oben links steht open offen für alles ich hab's doch vor und auch so gestartet wurde mit dem traktor lang gefahren ist das ist das rennen doch ja es da 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 Wir sind frisch auf der Berg. Frisch auf der Berg. Ich habe mich direkt raus gedreht mit einem kleinen Schubsverkleiner. Die Kiste ist nicht für offroad gedacht. Die Kiste ist nicht für mich. Das geht ja noch schneller als die Kiste. Das geht ja noch schneller als die Kiste. Keine Ahnung, sehe ich von hier nicht. Ich bin ziemlich weit hin. Jetzt kommt schon wieder Schlammparty. Wieso? Hepp ist der Erste. Boah. Ja, 20%. 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 Das Bandschlüssen sollte ich auch mal unterbinden. Das heißt ich, da lieber sollen sie die Banden einfach weg machen, dann fliegst du wenn sie sonst wären um die Pampa oder so. Also zerstörbare Banden, das wäre ideal. Langsam mal ein CPU-Ball. Ah, wieder rausgedreht. Das heißt, das ist das Bandschlüssen. 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 Vielen Dank. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Formel 1? Alles auf Max. Alles was geht. Der Anti-Aliasing frisst... Der macht Anti-Aliasing aus. Du brauchst ja einen geschnallt. Die Umgebungsverdeckung selber braucht auch viel. Das kann man auch noch durchführen. Der Nichts ist wichtig! Der Nichts ist wichtig! Ja, gebraucht ist schon teuer. Ja. Ja und? In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Ich weiß nicht was du drückst, geh auf Blaupause. Ja und dann gehst du oben links, oben links auf alle oder anyone, was weiß ich wie das heisst. Ja, zu teuer. Die wird doch nicht mehr gebaut. Die 89er schon. Ich sag ja, die 69er schon, die habe ich gesehen, neu 450. Nein. Äh, 69er, 89er ist immer noch bei 200. Aber keine TI, die TI ist 250 bis 300 je nachdem wo du holst. Ja, das ist dann das nächste. Gibt mir 20 Euro wieder. Okay. Genau, anything heisst das Ding. Ich weiss bis nicht was das jetzt für ein Rennen ist, aber das ist egal. Ich nehme mal die. S2. Die Klasse hättest du beschränken können von mir aus. Aber ich habe keinen Porsche. Du meinst die Fahrzeugtypen offen. Hast du ja gemacht, anything goes. Und die Klasse kannst du immer noch bestimmen. A oder B oder C oder D. Wir probieren jetzt den hier. Ja, was ist das jetzt mit der Silberzuteilung, ja. Nope. Ja, damals. Fahrerli 599XX. Geil. Ne, ich nicht. Ne, ich nicht. Fahrerli 599XX. Sch 112. Geil. Klasse. Was ist das? Ihr habt alle viel zu spitz gebremst, ihr seid alle in die Bande reingeknallt. Ich halte noch ein bisschen Abstand, ihr schubst euch da alle. Was ist das? Ein eigenes Stück. Also Standard sind es 6, 6 ungefähr. Was ist das? Was ist das? So halbwegs passt das schon. Ist ja nicht übertrieben viel was du gezahlt hast. Da wir uns mittlerweile mehr über Grafikkarten unterhalten, ihr kriegt das sowieso nicht mit. Aber dass ihr wisst und was es gerade ging, es ging um Grafikkarten. Und jetzt haben wir gleich wieder Level ab und auch wieder wie es bin und damit verabschiede ich mich. Dann haben wir mal Überlänge, dass wir jetzt bei 40 Minuten knapp waren. Ne, es kam kein Lörer ab. Okay, also. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.